Grüß Gott, liebe Landkreisbürger, mein Name ist Robert Schmidl, ich bin der Redaktionsleiter vom Pfaffenhofener Kurier. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Diskussion, zusammen mit meinem Kollegen Rudi Gecker. Ich hoffe, wir haben einen spannenden Nachmittag heute Abend und ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Diskussionsteilnehmern hier auf dem Podium. Herr Bürgermeister Thomas Herker, sein Vorgänger, Altbürgermeister Hans Prechter, Stadtrat Reinhard Heiblick, hier rechts neben mir, der Frau Ursula Bayer, der Vorsitzende des Heimat- und Kulturkreises, dem Hans Irkenhauser, ganz rechts, seines Zeichens Bauträger und Immobilienmakler und beim Sebastian Gelsbeck, Architekt und Vorsitzender vom Forum Baukultur. So, die Einstiegsfrage möchte ich gern dem Rang nach natürlich an Herrn Herker richten. Herr Bürgermeister, Pfaffenhofen erlebt in ihrer ersten Amtszeit einen rasanten Wandel. Wer bestimmt denn eigentlich, was geht und wo es lang geht? Der Rathauschef und die Stadtränte oder sind das nicht in Wirklichkeit längst schon die Bauträger und Projektentwickler? Also, die politischen Entscheidungen trifft der Stadtrat mit Mehrheit. Ich versuche eine Linie vorzugeben und hoffe, dass mir der Stadtrat folgt. Meistens gelingt mir das Ganze auch, wenn es auf die baurechtlichen Fragen gibt. Selbstverständlich liegt die Planungshoheit beim Bauausschuss bzw. beim Stadtrat. Wir machen keine maßgeschneiderten Planungen, aber es kann durchaus sein, dass ein Investor einen Vorschlag hat, der uns gut gefällt und den wir dann sehr positiv begleiten. Aber die Gestaltungshoheit liegt beim politischen Gremium, da braucht man sich die Frage nicht stellen aus meiner Sicht. Und sonst möchte ich noch mal Grüß Gott zusammen sagen, ich habe es ganz vergessen. Zweite Frage geht an den Vorgänger von Herrn Herker, dem Hans Brechter. Herr Sprechter, Sie sind alteingesessener Pfaffenhofener und haben als Vorgänger von Thomas Herker 18 Jahre lang im Rathaus regiert. Auch in dieser Zeit hat sich Pfaffenhofen natürlich verändert, aber es ist doch deutlich gemächlicher zugegangen als heute. Sind Sie in Ihrer Amtszeit irgendwie auch auf der Bremse gestanden oder woran liegt es, dass sich Pfaffenhofen innerhalb von kürzester Zeit von einer leicht verschlafenen Kleinstadt in eine quirlige Boomtown verwandelt hat? Ja, erstens mal Grüß Gott auch von meiner Seite. Verschlafene Kleinstadt, man kann sehen, wie man will, aber die Zeit in den 90er und 2000er Jahren war etwas gemächlicher. Es war auch nicht dieser Investitionsdruck vorhanden. Und vor allen Dingen war die Abgabebereitschaft einiger großer Familien, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht zugegeben. Die haben Bauland gehortet, die haben Immobilien gehortet, haben lieber Leerstände in Kauf genommen, als hier vorzuschreiten. Die Entwicklung ist dann in den Jahren 2006 eigentlich gestartet, als auch Investoren, privater Natur, man kann den Namen Bayern ja ruhig in den Mund nehmen, in der Stadt tätig geworden sind. Und dann ist natürlich ein Selbstläufer geworden, der Bauausschuss hat aus nachträglicher Sicht nicht immer genügend lenkend eingeschritten. Das war zu meiner Zeit, Thomas, und auch bei dir. Weil wenn man den Portenschlager anschaut, oder dann waren wir beim Bebauungsbahn ausgestalten, sehr großzügig. Im Detail waren wir dann nicht mehr so befasst und drum ist das Ergebnis nicht für alle befriedigend. Ich persönlich allerdings mache keinen Held draus. Ich finde den schlichten und einfachen Charakter, zum Beispiel dieses Gebäudes, passend. Und Bunthauen ist einfach auch die Entwicklung jetzt 2010, 2012 und kommende Jahre, dass wir das einfach zu einem richtigen Schwung in Bayern, im Landkreis und in der Stadt haben. Natürlich auch bedingt durch, vielleicht der junge Bürgermeister hat mehrer Schwung als der alte, in Anführungszeichen. Aber der Stadtrat ist eigentlich gleich lethargisch geblieben. Frau Bayer, Sie treten als Chef in des Heimat- und Kulturkreises dafür ein, dass historische und das Stadtbild prägende Bauten möglichst erhalten bleiben. Oder zumindest nicht durch 0,15 Neubauten ersetzt werden sollen. Lässt er nicht Danke Schad grüßen, nur dass Sie nicht gegen Windmüllenflügel, sondern gegen die Abrissbirnen kämpfen oder gibt es denn auch Erfolge bei dieser Arbeit? Das mit den Windmüllenflügeln hat mir schon mal jemand angekündigt, dass ich gegen Windmüllenflügel kämpfe. Wenn man die Öffentlichkeit mobilisieren kann, dann ist der Kampf auch gegen Windmüllenflügel nicht ganz erfolglos, nicht ganz aussichtslos. Und es geht mir nicht bloß um die denkbar geschützten Gebäude, weil man würde sagen, die sind ja geschützt, aber das stimmt auch nicht ganz. Mir geht es um die anderen Gebäude, die aus dem Ensembleschutz vom Hauptplatz rausgenommen werden können. Und da ist leider schon manches reingekommen mittlerweile, was einfach furchtbar langweilig ausschaut. Um nicht zu sagen aggressiv, wenn ich das spitzige, weiße, schießschartenbewährte Gebäude neben einem Bergmeister anschaue. Und da habe ich mich einfach genötigt gefühlt, jetzt bevor es noch schlimmer wird, was zu unternehmen und die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Und ich hoffe sehr, und es schaut auch so aus, dass man wenigstens ein bisschen was erreicht. So, die nächste Frage geht an den Herrn Gersbeck. Geht schon langsam, genau. Herr Gersbeck, Sie sind Chef vom Forum Baukultur. Einfach eine ganz einfache Frage. Haben wir schon eine Baukultur in Pfaffenhofen oder wird es höchste Zeit, dass wir eine kriegen? Und wenn ja, woher? Vielen Dank. Ich möchte mich auch noch einmal herzlich bedanken, dass wir überhaupt eingeladen worden sind. Das ist eine tolle Sache. Chef des Forum Baukultur wird jetzt nicht Vorsitzender des Forum Baukulturs. Wir sind viele Chefs. Natürlich haben wir schon eine Baukultur. Baukultur ist überall gegenwärtig. Natürlich, ob es eine gute Baukultur ist, das ist jetzt die Frage. Kann sie sich noch entwickeln? Das ist die nächste Frage. Oder kann sie sich weiterentwickeln? Und als Forum Baukultur haben wir das auf die Fahnen geschrieben, dass wir gute Architektur, gutes Handwerk den Leuten der breiten Masse näher bringen wollen und versuchen das. Und das schon seit über zehn Jahren. Und wir werden es weiter versuchen. Und ich glaube, wir haben auch schon unsere gewissen Teilerfolge erreicht. Sie haben insgesamt bisher gut 500 Wohnungen gebaut. Weitere 100 haben Sie derzeit in Planung oder in Arbeit. Das sind beeindruckende Zahlen. Wenn wir uns jetzt nur mal auf dem Hofen beschränken, Hand aufs Herz. Haben Sie und Ihre Berufskollegen die Kreisstadt verschönert oder ist eher das Gegenteil der Fall? Also ich bin zuerst einmal auch ein herzliches Grüß Gott von mir und Herr Schmiel auf Ihre Frage. Also ich bin schon der Meinung, dass wir ein Stück zur Verschinderung beigetragen haben. Wenn ich mir allein von mir die Objekte anschaue, das ehemalige Obstverwertung an der Ecke, Schützenstraße, Grittstraße, dann die Auenstraße hinten. Das waren alles runtergekommene, verfallene Gebäude. Es gibt hier viele Beispiele, die ich aufzählen könnte. Wir haben am Platz hinten das alte Lohrahaus. Das stand ja auch lange eigentlich nur leer. Da haben wir neu hingebaut. Und insofern denke ich, dass man auch natürlich zur Verschinderung, also ich möchte schon sagen zur Verschinderung, auch die Tilderstraße ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Ich finde auch 1999, möchte ich mal erwähnen, haben wir da schon eigentlich ein Zeichen gesetzt mit einer sehr hochwertigen Architektur. Ich finde das Gebäude Tilderstraße 16 bis 20, wo unten da Wittweiden drin ist und Brigitte Moden, das ist von der Architektur sehr gelungen. War aus meiner Sicht auch etwas ein Vorreiter, wenn ich dann später Innenstadtobjekte anschaue. Und das war auch vielleicht auch mit die Nerzialzündung von der Stadt, dass die dann auch die Straße neu gestaltet hat, dass 10 bis 12 neu gemacht wurde, dass vorne in Nischwitz neu gebaut wurde. Und insofern bin ich schon auch etwas stolz drauf und ich denke, wir haben durch diese Objekte auch zur Belebung der Innenstadt beigetragen. Ganz kurz dazwischen noch, Hans Prechter, von Ihnen kam ein Einwurf gerade hinten. Was war denn das? Das war der Einwurf im Lohrahaus. Es gibt das Wort der Verschlimmbesserung. Und es hat sich zwar geändert, aber ob es schöner geworden ist, wage ich zu bezweifeln, weil das charakteristische Haus mit der Nase, also mit dem Erker, war halt einfach platzlprägend. Aber man kann die Augen nicht verschließen, Hans, du hast recht. Es ist halt einfach teilweise alte Bausubstanz modernisiert worden, dann auch in der zeitgerechten Sprache, ob die dann immer jedem gefällt, sei dahingestellt. Aber notwendig war es und die Verdichtung der Innenstadt ist ja ein lang angestrebtes Ziel gewesen, die Leute wieder in die Stadt zum Wohnen zu bringen. Und da war Thomas Arkus eigentlich der erste Partner der Stadt, der uns in der Richtung unterstützt hat. Und es zeigt sich ja heute, dass diese Konversionsflächen, wie Portenschlager, wie, es gibt noch einige, wie Herionareal, wie Obstverwertung, das war das, was ich gesagt habe, im Besitz von Familien, das einfach liegen gelassen haben über Jahrzehnte. Und da ist Schwung reingekommen in den 2006er, 8er Jahren jetzt so richtig, dass das verwertet wird. Und jetzt sind Gott sei Dank auch wieder Menschen in der Stadt, die hier in Wohnen wohnen. Bürgermeister ist Beispiel, der ist von der äußeren Wierscheirer Straße 116 in die Innenstadt gezogen. Also ein gutes Beispiel. Danke. Jetzt habe ich gleich noch einen Zwischenruf. Er war schuld, habe ich jetzt gerade von meiner rechten Seite gehört. Ja, also, grüß Gott zusammen. Ich sehe mich jetzt hier in erster Linie weniger als Stadtrat, sondern als Heimatforscher. Und da muss ich jetzt Herrn Irkenhauser schon sehr widersprechen. Gerade das Loderhaus würde ich nie und nimmer als positives Beispiel nennen. Denn durch diesen Umbau, und ich habe deswegen gesagt, mit Schuld waren wir schon, weil wir Stadträte haben beschlossen, das zu verkaufen. Wir waren dagegen, meine Fraktion war dagegen, ich fahre jetzt da nicht politisch. Aber das wunderbare, idyllische Eck mit dem Flaschelturm, mit dem einstigen Wallnerhaus, das auch abgebrochen ist, das ist ja wirklich noch ein idyllisches, historisches Eck, ein heimeliges Eck. Ein Eck, wie ich immer sage, wenn man sich auch manchmal lustig macht über meinen Ausdruck, seelenlos, das seelenlos wird. Und gerade dieses Loderhaus mit dem heimeligen Erker hat sich wunderbar an die Architektur des Salva-Preuss angeglichen. Es ist unwiderruflich weg, so wie vieles anderes unwiderruflich weg ist. Beim Wortenschlager kann man sagen, das war Privatbesitz. Beim Siegelbräu, wo war Schreckliches, jetzt mal tut es mir weh, ähnlich wie meiner Kollegin, der Frau Bayer. Wenn ich da vorbeigehe, ich verspüre einen körperlichen Schmerz jetzt auch wieder. Aber beim Loderhaus war ich schuld des städtischen Gremiums, weil wir uns entschlossen haben, das zu verkaufen, was absolut nicht nötig gewesen wäre. Es wurde schlecht geredet und somit ist auch dieses historische Eck, hat viel von seinem einzigen Charakter verloren. Wir sind praktisch schon mittendrin in der Diskussion. Auch der Herr Bürgermeister, will zu dem Thema noch was sagen? Das mit dem Mikro ist optimierungsbedürftig. Ich würde gerne mal ein bisschen Verständnis erzeugen, dass wir wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen, weil wünschen kann sich der Mensch viel und versprechen kann man ihnen auch viel. Aber man sollte zumindest die Grundzüge des Baurechts verstehen, dass man weiß, wo man eingreifen kann und wo nicht. Gibt es keinen Bebauungsplan, kann man entscheiden, ob das Haus der Form und der Größe nach sich einfühlt in die Nachbarbebauung. Da geht es nicht um Dachrinnen, da geht es nicht um Dacheindeckung, da geht es nicht um Details in der Fassade. So, wenn es einen Bebauungsplan gibt, dann kann ich sagen, so hoch, so viele Stockwerke, diese Dachform und Putzfassade mit maximaler Glasflächenanteil. Aber auch da kann ich nicht bis ins letzte Detail alles regeln. So, auf dieser Basis hat dann jemand ein Recht, ein Haus zu bauen und das Recht hat er, ob es gefällt oder ob es nicht gefällt. Es ist ein Eigentum, ist bei uns in der Gesellschaft ein hohes Recht und das darf er nutzen. Und da darf man nicht suggerieren, dass ein Stadtrat oder ein Gemeinderat alles im Detail vorgeben kann. Das ist Verdummung. So, Punkt 1. Punkt 2. Komplex ist es deswegen, weil der Hauptplatz im Summe als Ensemble, als Denkmal geschützt ist, weil da dort ein paar hochwertige Gebäude sind und das gesamte Bild erhalten werden soll. Das haben wir in den 60er Jahren Studenten aufgenommen und vorgeschlagen. Der Hauptplatz wird wohl 2015, 2016 kein Ensemble mehr sein, weil 50 Prozent der Ensemble-Bereiche in Bayern herausgenommen werden. Solange ich ein Ensemble bin, darf ich da nur was reinbauen, was die Schönheit der geschützten Gebäude nicht stört. Das heißt in der Sichtweise des Denkmalschutzes kein historisierender Bau, der ausschaut als wahrer Alt, keine moderne Architektur, sondern schlichte Architektur, die nicht stört, die zurücktritt. Deswegen der Siegel und der Bortenschlager. Auch die Gebäudesiegel, Bortenschlager waren als Einzeldenkmal nicht geschützt. Und wenn das nicht geschützt ist, dann kann der Eigentümer da auch abreißen, wenn er möchte. Und wenn man den Leuten was anderes erzählt, dann belügt man sich schlicht und ergreifend. Es gibt ein paar Steuerungsinstrumente, man kann beraten, man kann an den guten Geschmack appellieren, aber das Recht des Eigentums ist schon ein sehr hochstehendes. Und wir leben nicht in der Bayernrepublik, wo man dann eben diktieren kann, was er tun soll. Und das muss man, glaube ich, an der Stelle einfach nur zur Kenntnis nehmen, weil dann weiß man, auf welcher Grundlage man hier reden kann. Wünschen kann man sich generell viel. Ich würde ganz gern zum Ensembleschutz was sagen und dass sich ein neues Gebäude zurücknehmen muss. Herr Herker, Sie sagen, das ist jetzt eine Bestimmung, dass ein neues Gebäude, das zwischen denkmalgeschützten Gebäuden entsteht, nicht historisierend sein darf. Aber seit wann gilt denn diese Regelung? Das kann doch nicht schon immer gegolten haben, denn wenn ich jetzt die Raiffeisenkaste anschaue, die ist auch zu meiner Lebenszeit noch gebaut worden und die greift Verzierungselemente vom Bergmeister auf. Oder es gibt da noch andere, zum Beispiel dann das, wo jetzt der Bonneberger drin ist. Da wurde die alte Fassade fast unverändert wieder aufgebaut. Warum ist denn das damals gegangen und jetzt geht es nicht mehr? Ja, das hat das Mikrofon nämlich weitergegeben. Herr Lieber von Mayer, bitte zu Ihnen nachzusehen. Aber beide Gebäude sind damals sowohl von der Städtebauförderung als auch von Denkmalschutz so gewünscht geworden. Und wenn man die Raiffeisenbank anschaut, hat es auch kundige Architekten gegeben, die gesagt haben, das sei Gelsenkirchen, ein Barock, der hier errichtet worden ist. Also das sei nicht eine moderne Sprache der Architektur. Und das wurde vorgegeben. Es war sowohl beim Siegel ein Architektenwettbewerb vorgeschaltet. Und da wurden wir von den Fachleuten, in Anführungszeichen, deutlich dahin geführt. A, baurechtlich, wie Thomas Herker erläutert hat, unser Einspruch oder unsere Mitwirkungsmöglichkeit. Und B, diese sich zurücknehmenden Gebäude, die also nicht aufdringlich dann diese Ensembles wie Ritterhaus, wie Herbhaus versuchen zu verdrängen, sondern die einen Schritt zurückgehen, ist momentan Wunsch der Architekten. Ob es in 20 Jahren noch so sein wird, sei dahingestellt. Als junger Stadtrat hat er mir erzählt, die Kölpingsiedlung sei sehr modern und richtungsweisend. Beurteilen Sie selber, ob das nach 30 Jahren noch so ist. Aber der jetzige Zeitpunkt war so, wobei ich schon bei Bortenschlager etwas mehr Mitspracherecht gewünscht hätte. Denn wir haben eine Bebauungsbahn aufgestellt, der Stadtrat, mit gutem Glauben. Und alle weiteren Schritte sind dann verwaltungsintern besprochen worden. Ich sage, kein Mitglied des Bauausschusses hat Herrn Bortenschlager die Hand gehoben, sondern das wurde am Verwaltungsweg aufgrund des Bebauungsplans so festgelegt. Da hätte ich mir mehr Beteiligung gewünscht, weil man kann auch außerhalb des Baurechts sanften Druck auf Bauherren ausüben, das, was in die richtige Richtung geht. Da haben wir vielleicht noch nicht richtig gelernt, aber wir sind ja lernfähig, Thomas. Darf ich da jetzt nochmal kurz einhaken? Danke, das Mikrofon wieder her. Wie kann ich darauf hinwirken, dass diese jetzige Regelung, dass ein neues Gebäude im Ensemble Schutz total kahl sein muss? Wie kann ich darauf hinwirken, diese Regelung zu verändern? Also, das Schönste ist, wenn jemand fürs Ego baut, weil dann baut er in der Regel schön. Aber die Zeit, wo jemand fürs Ego baut, die ist vorbei. Jetzt baut man für den Geldbeutel. Das ist schon mal das erste Problem. Die rechtlichen Vorgaben oder die Vorgaben des Landesamtes für Denkmalpflege, die sind politischer Wille auf Landesebene und auch im Amt. Und am Schluss müsste man Herrn Dr. Greipel fragen. Warum das Amt so handelt, wie es handelt? Wenn man die Diskussion gehabt, auf Bitten und Drängen der Stadt hat ja der Investor am Seilerhaus, also am alten Bauamt sozusagen, eine Beteiligung der Bürger durchgeführt. Da ist ja auch ein Vorschlag gekommen, der so ausschaut, so ähnlich wie es jetzt ist. Wir wissen ja beide, der Denkmalschutz sagt schon wieder, genau das geht nicht, weil das schaut so aus, als wäre es alt. Das ist nicht alt, das darf nicht so ausschauen. Das ist halt Zeitgeist. Der Zeitgeist kann sich ändern. Wenn der Ensembleschutz weg ist, dann können wir modernste Glasarchitektur da hinsetzen oder auch wieder historisieren. Dann rennt die nicht mehr mit. Aber solange der Ensembleschutz drauf ist, Fluch und Segen zugleich, ist das einfach so. Und so wird es uns vorgegeben. Und die führen auch bei diesem Bauvorhaben eigentlich schon fast in Teilbereichen den Stift des Architekten. Ich glaube, beim Siegeleck 15 verschiedene Varianten, basierend auf einem Entwurf aus den 90ern und beim Portenschlager waren es 10 mit Städtebeförderung, Denkmalschutz und Stadtplaner, ich mich. Ja, ganz kurz noch die Eingangsfrage eigentlich. Sie sind ja noch gar nicht dran gekommen, Herr Heubleck, aber jetzt kommt es. Ich war unter anderem schon mal bei einer Stadtführung mit Ihnen dabei. Und die war ja, ich habe es ganz gelinde gesagt, schrecklich. Sie haben nämlich nicht bloß die schönen Punkte Pfaffenhofens gezeigt, sondern viele, viele hässliche Punkte und immer wieder darauf bewiesen, dass der Pfaffenhofener selbst historisch gesehen immer schon gern mehr abgerissen als schön neu gebaut oder renoviert hat. Warum greift denn dann eigentlich der Stadtrat Heubleck, der das so sehr beklagt, als Heimatschützer, nicht politisch mehr ein? Sie sitzen doch drinnen in dem Gremium und könnten da ein bisschen mitsteuern. Also, das ist zwangsläufig bei der Stadtführung. Und man trifft halt auf so viele wunde Punkte. Und wenn ich jetzt ein bisschen zurückgehen darf, wenn man alte Ansichten von Pfaffenhofen sieht im Antiquarium der Resistenz, dann war Pfaffenhofen ein wahres städtebauliches Gesamtkunstwerk. Ummauert mit wunderschönen Toren, mit wunderschönen Türmen. Und mir tut es, ich sage das bei jeder Stadtführung immer wahnsinnig weh, wenn ich immer sagen muss, hier stand, hier war. Ich sage auch immer wieder, wir waren eine der ersten Städte Bayerns, vielleicht sogar die erste, die Stadttore eingerissen hat, die die Mauer abgetragen hat. Ganz spärliche Reste sind noch bei mir in Schmuttermayer, wenn überhaupt noch irgendwelche Reste da sind. Als ich schon heranwachsend studiert habe, sprich in den 80er Jahren, hat man an der Grabengasse noch Tore, Türme abgetragen. Das letzte Tor war das 1893, das Scheider-Tor bei der Schechfanne. Mit der Begründung habe ich jetzt gelesen, dass die Heuwagen nicht durchkommen. Also machen wir es weg. Pfaffenhofen hatte immer schon in der Vergangenheit. Und da ist heute natürlich, um auf den letzten Teil Ihrer Frage zurückzukommen, wenig zu machen. Pfaffenhofen hatte immer Effizienzfanatiker, Gewinnmaximierer. Und Gewinnmaximierer und Effizienzfanatiker, die haben wenig Herz und wenig Gefühl für historische Substanz, für die Seele einer Stadt, die wichtig ist. Und es war halt so, warum ist so wenig? Schauen Sie Schopenhausen an, die haben immerhin noch eine Wahl erhalten. Schauen Sie die wunderschöne Stadt Neuburg oben an, die haben auch Ensembleschutz. Und übrigens habe ich, ich kann es jetzt leider nicht belegen. Ich habe jetzt gelesen, ein Gerichtsurteil, dass der Ensembleschutz viel, viel ernster genommen werden muss, als er genommen wird. Ich kann es leider nicht zitieren, aber ich reise gerne einmal nach. Und da leiden wir, leiden wir natürlich um dem, was unsere Generationen vor uns als Stadträte angerichtet haben. Nämlich dieses im Prinzip wunderschöne Stadtbild. Dieses malerische Stadtbild. Einfach der Effizienz, der wirtschaftlichen Prosperität, die natürlich auch sein muss, viel zu viel Vorrang gegeben hat. Und das andere hat darunter gelitten. Ich sehe allerdings jetzt, ich sehe allerdings jetzt einen gewissen Wandel. Ich sehe, wie ich noch unter Herrn Schmuttermayer belächelt worden sind, als wir uns um den Hungerturm einsetzten. Ich weiß, dass damals ein Lesebrief gegen mich war, der gesagt hat, ich gehe in den Bunker gesperrt, solange ich mich vor den Hungerturm einsetze. Also, und jetzt ist da doch ein sehr, und ich kapiere, dass man Tiefgarage braucht. Inzwischen sehe ich also doch, dass ein Wandel, dass man sieht, für Pfaffenhofen, eine lebenswerte Stadt, gehört, da gehört historisches Stadtbild, da gehören alte Häuser. Und nicht so kalte, funktionale Bauten, wie man sie jetzt sieht. Und ich merke bei meinen Stadtführungen, ich merke an Reaktionen, wie sehr Pfaffenhofen und auch Neubürgern daran liegt. Und das ist doch ein ganz positives Zeichen und ein positives Signal, wo man jetzt, wenn es auch teilweise nicht mehr möglich ist, die Wunden, die hier geschlagen wurden, versuchen, nicht noch mehr zu machen. Darum müssen wir beim Seilerhaus aufpassen. Wir haben alle damals gejammert. Mei, das Landratsamt, das Landratsamt. Beim Rennsamt war es dann schon besser. Was machen wir? Wir machen C und A, wir machen Portenschläge, obwohl ich immer sage, der hätte noch schlimmer werden können. Und jetzt das Seilerhaus, das den Blick zur Beruhigung bringt, wenn man nach Osten schaut, wird vielleicht auch geopfert. Aber jetzt bin ich schon wieder still mit meinem Appell. Gut. Man merkt, die Politiker brauchen immer ein bisschen länger mit ihren Antworten. Das ist das andere. Ich muss direkt an Reinhard Heinrich, weil das Herz ist übergegangen, der Mund ist voll. Natürlich, wenn das Herz blutet. Aber lieber Reinhard, wir wollen doch die Zeit nicht zurückdrehen. Wir haben das Titel heute Pfaffenhofen, Boomtown, Heimatstadt oder Boomtown. Du hast genau gesagt, 1896 wurde Scheirer Tor abgerissen, weil Pfaffenhofen, Gott sei Dank, da sind wir uns ja einig, auch vor 150 Jahren bereits, eine gewisse Boomtown war. Darum hat man also diese alten Dinge beseitigt. In anderen Städten wurde die Stadtmauer stehen gelassen, Häusl angeklebt mit drei Mauern, weil die vierte war die Stadtmauer. Bei uns hat man alles weggerissen. Man hat die Tore verbreitet, damit Handel und Wandel hat stattfinden können. Also dieses Boomtown war halt immer ein bisschen da. Und ich glaube, keiner der Bürger Pfaffenhofens möchte heute eine Stadtmauer mit 16 Tortürmen, aber mit 16 Türmen außen rüber, mit den engen Gassen, sondern wir sind auf dem Wandel seit 150 Jahren, mal langsamer, mal schneller, und nicht alles ist negativ. Ich führe auch, ich bin auch Stadtführer, ich finde nicht so viele Schandpunkte, wenn ich meine Gruppen führe, dann weise ich aufs Positive hin, dass wir eine Stadtentwicklung haben, dass Menschen in dieser Stadt leben und dass sie gerne in dieser Stadt leben, mit natürlich verbesserungswürdigen Bauteilen. Aber insgesamt, glaube ich, hat man nicht die letzten 150 Jahre alles mit Gewalt kaputt gemacht, sondern wir wollen ein bisschen auch uns nach vorne entwickeln, dass die Menschen gerne bei uns leben. Und das Beispiel, das wir jetzt wieder haben, mit schönste Stadt, lebenswerteste Stadt, kommt ja nicht von ungefähr. Also man konnte nur nach hinten schauen, schauen wir ein bisschen auch nach vorne und versuchen wir das positiv zu gestalten. So, der Herr Bürgermeister hat es vorher schon angesprochen, vom Bauen her, jetzt mehr fürs Geld, ein bisschen weniger fürs Herz. Ist in einer Stadt wie Pfaffenhofen, ist das überhaupt möglich bei privat finanzierten Bauvorhaben, dass man hochwertige, moderne Architektur hinstellt, oder sagt man, okay, gut, wer zahlt, schafft auch, Herr Schnauser. Also zunächst einmal möchte ich vorab noch Herrn Brechter ein uneingeschränkt recht geben. Also mir fällt nämlich auch immer auf, wenn ich zum Beispiel nach Neuburg komme, die hat eine wunderschöne Innenstadt. Dahingehend beneide ich vielleicht sogar die Neuburger. Also nur von der Innenstadt, ja. Aber ansonsten ist mir auch aufgefallen, ein Zusammenhang, auch wenn man ins Frankenland kommt, je ärmer die Gegenden sind, komischerweise, umso alter, historischer Sinn auf die Städte. Und ich bin auch der Meinung oder habe den Eindruck, dass das mit der wirtschaftlichen Prosperität zusammenhängt. Ansonsten zu Ihrer Frage jetzt, ich denke auch, dass man schon hochwertige Architektur vereinbaren kann mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zum Beispiel, mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Filialisten, Einzelhandel, hochwertige Geschäfte, die halt auch Wert darauf legen. Also ich denke, oder wenn man Geschäftsleute sieht, die haben wir doch auch einen gewissen Stolz, hochwertig zu bauen. Und es ist halt natürlich auch wichtig, dass hier das Bewusstsein in der Bevölkerung geschärft wird, wenn einmal ein schönes Haus irgendwo jemand gebaut, einmal war es halt einfach modern, dass man gelbe Häuser baut mit weißen Sollen, links und rechts, und dann ist man abgekommen und dann ist irgendwann einmal das angekommen im Pfaffenhofen, dass man auch auf moderne Architektur setzt. Und ich finde, das setzt sich immer mehr durch, auch auf hochwertige Architektur setzt und auch auf Qualität in der Gebäudetechnik und all diese Dinge. Ich habe jetzt eigentlich mehr daran gedacht, dass man Herrn Gerlsbeck mal was fragen sollte. Jetzt nochmal ganz kurz, ganz kurz zum Herrn Irchenhauser. Ich bin schon auch der Meinung, dass man in den äußeren Bezirken moderner bauen soll. Aber ich finde den Stadtkern, viele Städte werben doch mit ihrem historischen Stadtkern. und den sollte man sich erhalten und nicht so langsam zerfieseln. Das darf ich auch noch ganz schön was sagen. Vielleicht noch, jetzt mache ich es ganz kurz, Hans. Ich möchte da nicht missverstanden werden. Und ich möchte mir auch nicht jetzt unterstellen lassen, und vielleicht waren ein paar Leute dabei, die bei mir schon Stadtführungen gemacht haben, dass ich überwiegend das Negative zeige. Insgesamt, glaube ich, kommt schon rüber, dass ich gern hier lebe, dass wir hier, dass wir eigentlich eine wunderschöne Stadt haben. Aber was gewahrt werden muss, das ist das Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht, ich bin auch nicht gegen moderne Architektur. Ich kenne viele Moderne, die mich faszinieren, die mich begeistern. Ich möchte da nicht, dass da ein falsches Bild jetzt drüber kommt. Aber meines Erachtens, das war die Quintesetz, meine Antwort auf Herrn Schmiedls Frage, ist Wahrung des Gleichgewichts zwischen alten und neuen. Und vor allem frühere Stadtratgenerationen haben dieses Gleichgewicht nicht gewahrt, sondern die haben den Schwerpunkt im zu sehr auf wirtschaftlichen Fortschritt, auf Bauboom, auf Ausweitung, auf Gewerbe statt auf historische Substanz. Drum ist das Gleichgewicht aus den Fugen geraten. Wir müssen sehen, dieses Gleichgewicht wieder ein bisschen herzustellen und Ruhe. So, jetzt, ich möchte jetzt ein bisschen auf die Frage reagieren. Es ist ja grundsätzlich so, ach so, jetzt bin ich ja da. Es wird schon die ganze Zeit diskutiert, moderne Architektur ist immer schlicht zurückhaltend oder Glasfassade. Es muss nicht immer bloß Glasfassade oder schlicht sein. Es kann eine moderne Architektur auch mal ein bisschen mit dem Kontext agieren oder funktionieren. Und ich finde es jetzt ein bisschen schade, man muss die Innenstadt oder die Altstadt nicht immer bloß historisieren und immer alles tun, wie es die Geschichte oder die Vergangenheit uns vorschreibt. Wir müssen auch agieren und müssen auch schauen, dass unsere zukünftige Architektur, aber wir müssen auch unsere eigene Geschichte schreiben. Wir können nicht bloß mal auf die Vergangenheit agieren. Wir müssen auch ein bisschen schauen, dass wir uns irgendwie weiterbewegen. Also geht es denn in Pfaffenhofen, dass man, wie der Herr Gerlsbiger jetzt auch gerade gesagt hat, neue Denkmäler, zeitgemäße Denkmäler schafft, ganz moderne Architektur zu den alten Bürgerwäusern, zu den schönen Fassaden dazusetzt. Ist das einfach nicht möglich bei uns? Geht das aus Kostengründen nicht? Also im Ensemble-Bereich ist es deswegen schwierig, weil das, was dort hineinkommt, den Rest nicht stören soll. Und von daher wird es immer eine zurückhaltende, dezente Bebauung sein, Stand heute. Im weitergefassten Bereich kann man es durchaus tun. Wenn der Ensembleschutz weg ist, kann man historisieren bauen oder modern bauen. Momentan baut man so, dass das, was neu kommt, dem Rest nicht die Schau stillt. Das ist ganz einfach der Ansatz. Von daher geht es momentan schwierig. Aber kann das wirklich der Sinn der Sache sein? Welche Gebäude schauen den Leute an, die in 100 Jahren nach Pfaffenhofen kommen? Schauen die dann immer noch einen Bergmeister an, weil der natürlich nach wie vor schön ist? Hinterlassen wir nichts Eigenes? Ja, man kann es, natürlich, wir hinterlassen pausenlos Eigenes. Schönes Eigenes. Schönes Eigenes. Liegt im Auge des Betrachters. Mir persönlich gefällt der Siegel. Ich finde ihn sehr gelungen. Der Bortenschlag auch gefällt mir selber auch nicht ganz so hundertprozentig. Aber das ist unterschiedlich. Und ich weiß nicht, was unsere Enkelkinder mal sagen. Die werden mit dem Siegel aufgewachsen sein. Die werden da drinnen in einer Pottwosen gekauft haben und werden genauso sentimentale Erinnerungen haben wie der, der drinnen einen Rausch gehabt hat. Und so hat jeder sein eigenes emotionales Verhältnis dazu. Und die Frage ist, wie es in 100 Jahren bewertet wird. Aber ich kann auf jeden Fall kein Glas, kein Glaskomplexe stellen. Das geht rechtlich Stand heute nicht. Ja gut, aber wenn ich jetzt darauf antworten darf, wir haben vor ein paar Jahren die Hallertauer Volksbank gebaut. Die ist ja jetzt eigentlich auch relativ modern. Das war in Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz, mit der Stadt im Landkreis haben wir das entwickelt. Es war ursprünglich ganz was anderes da geplant. Eine glatte Fassade, viel Glas, okay, da stimme ich zu, ist dann abgelehnt worden. Muss ich im Nachhinein noch sagen, war vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, dass wir es zurückzuholen haben. Haben die Fassade gegliedert, aber es ist eine moderne Fassade. Das ist meiner Meinung nach, kann genauso ein Denkmal werden. Das muss man lange leben, bis man das als Denkmal werten wird. Aber ich wünsche es der Jugend. Aber ich muss eins noch bitte richtigstellen. Lieber Andi Gelsberg, du bist ja seit wenigen Wochen, Vorsitzender von den Architekten. Ich möchte bloß eins hinweisen, sämtliche Gebäude, die hier jetzt in der Kritik aufstehen, wurden ja nicht von irgendjemandem, sondern sie wurden auch von Architekten geplant, die dort ihre Sprache zum Ausdruck gebracht haben. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht, es ist also nicht immer nur die böse Politik, sondern es waren an allen Gebäuden Fachleuten, hochrangige Fachleute beteiligt, die halt den Zeitgeist entsprechend das rübergebracht haben. Einstimmig, Robert Schmidl, stimme ich zu. So schöne Gebäude wie das Ritterhaus werden wir, haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht geschaffen. Und ob es in absehbarer Zeit passiert, weiß ich nicht. Das Rathaus ist gelungen, angefangen, fertiggestellt. Das ist ein Assemble, das sich sehen lassen kann, auch in 100 Jahren noch. Ob man die anderen Gebäude in 100 Jahren als besonders bewertet, wage ich persönlich zu bezweifeln. Da liegen wir, glaube ich, auf der gleichen Linie. Gut, andere Städte, wie zum Beispiel Freising oder Regensburg, haben bei städtebaulich relevanten Bauvorhaben ein Expertengremium zwischengeschaltet, den sogenannten Gestaltungsbeirat, der noch bevor solche Bauanträge dem Stadtrat vorgelegt werden, die Bauherren zur Einhaltung des gewissen architektonischen Mindeststandards bewegen soll. Braucht Pfaffenhofen einen solchen Beirat und wie viel Kompetenz soll er bekommen? Vielleicht gleich der Herr Bürgermeister. Also ich glaube, ein Gestaltungsbeirat kann nicht schaden, aber auch da muss man wissen, von was man spricht. Wir reden von Ingolstadt, wir reden von Regensburg, wir reden von Freising. Das sind kreisfreie Städte, die das Baurecht in der eigenen Hand haben. Die Stadt Pfaffenhofen hat nur eine Beteiligung in gewisser Form. Manche Dinge kann man selbst entscheiden. Der Rest wird im Landratsamt entschieden als die zuständige Behörde. Das heißt, selbst wenn ich so ein Gremium habe und der Stadtrat sich möglichst daran halten wollen würde, was auch nur im rechtlichen Rahmen geht, dann gibt es immer einen anderen, der darüber entscheidet im Pfaffenhofen im speziellen Kontext. Ich glaube, man braucht so ein Gremium. Positiv belegt. Jemand, der unterstützt, der berät. Ein Zwang kann es nicht werden. Man gaukelt die Leute auch da wieder was vor. Und am Schluss, bitte Politiker raus aus so einem Gremium und bitte nur Architekten rein, die hier nicht bauen und die hier künftig nicht bauen. Wenn ich zumindest sage, die nächsten drei lasse ich selber auch die Finger von der Stadt. Jemand, der wirklich extern und fachlich anerkannt ist, dann bringt es was. Aber wie gesagt, es wird schwierig, das durchzusetzen, weil am Schluss ein anderer darüber entscheidet. Und auch der Gestaltungsbeirat kann nur an den Geschmack appellieren, weil auch das Recht gilt für einen Gestaltungsbeirat. Und nebenbei muss ich sagen, wage ich auch zu bezweifeln, dass die heutigen politischen Verhältnisse im Stadtrat Pfaffenhofen so sind, dass man mehrheitlich überhaupt einen Gestaltungsbeirat auf den Weg bekommt. Was sagt denn ein Bauträger wie der Herr Irchenhauser? Dazu braucht es hier einen Gestaltungsbeirat als Ratgeber. Also ich muss jetzt auch ehren Herrn Herker beipflichten und bin auch der Meinung, also ein Gestaltungsbeirat, wo soll der dann mitreden? Soll er nur in der Innenstadt mitreden, wenn er sich sagt, der Hauptplatz ist das Wohnzimmer. Was soll ich dann davon, wenn das Wohnzimmer schön ist, aber die Hohe Marderstraße ist der Flur oder die Scheirerstraße und dann fahre ich da rein, dann schaut in Radlhöfe alle möglichen Baumarkt, Stile Elemente sind da durcheinander gemischt, es sind lieblose Supermarktbauten da. Dann das Wohnzimmer steht, der Flur ist kreisig, das Esszimmer, das ist die Fraunhoferstraße, ist kreisig, das Schlafzimmer ist kreisig, das sind teilweise die Wohngebiete, wo auch viele Bausünden vorhanden sind. Also A ist die Frage, wo soll der überhaupt mitreden dürfen, können der Gestaltungsbeirat, B finde ich auch, also wenn man hat, dann finde ich den Vorschlag sehr gut, dass es wirklich ausgewiesene Experten sind. Normalerweise sollte man ja doch meinen, wenn jemand ein Studium hat, Architektur studiert hat, dass halt dann diese Leute, das sind eigentlich Fachleute, aber naja, gut, oft ist halt der Wunsch des Auftraggebers oder der Auftraggeberin halt dann doch stärker, als das, was man im Studium gelernt hat. Grundsätzlich, ich teile die Meinung, wenn überhaupt ein Gestaltungsbeirat, dann natürlich mit Fachleuten, nicht aus der Region, unbefangene Leute, Architekten, hochrangige Persönlichkeiten in dem Fach. Es ist halt grundsätzlich so, wie weit nimmt die Politik den Rat vom Gestaltungsbeirat an? Und wenn wir einen Gestaltungsbeirat haben, der dann jetzt anerkannt wird von der Stadt, vom Stadtrat, dann ist es ein bisschen, dann ist es, ja, dann ist es, ja, das bringt dann nichts. Irgendwann steht der Verhältnis. Ja, genau. Ja, irgendwann steht der Verhältnis. Ja, gut, wir sind Architekten, wir haben natürlich auch schon mit Gestaltungsbeiräten gearbeitet. Es gibt immer positive und negative Erfahrungen. Und Ingolstadt ist jetzt ein bisschen ein Negativ, wie gesagt, aber... Vielleicht, wir haben ja gerade gehört, in Freising gibt es so etwas. Wir haben, unser jetziger Stadtbäumeister Walter Kahl wechselt zum Ersten in die Gesellschaft für die Gartenschau, wir das begleiten. Wir haben einen neuen Stadtbäumeister ab 2. April im Pfaffenhofen, der kommt aus Freising, der hat Erfahrungen mit solchen Gremien. Den haben wir nicht zuletzt auch deswegen genommen, weil er Erfahrung im sensiblen Bereich hat. Auch das war einer, der Argumente für den neuen Kandidaten. Ich bin mir sicher, mit ihm werden wir die Diskussion führen. Auch im Stadtrat hat man es ja schon mal mehr oder weniger geführt. Man wird darüber sprechen müssen. Die Frage ist wirklich, wie man es auskleidet am Schluss. Auch der neue Stadtbäumeister sagt, wenn, dann braucht es gleich die komplette baurechtliche Kompetenz, dann wäre man kreisfrei, hätte auch nichts dagegen. Aber realistischerweise wäre das so schnell nicht. Ich habe vielleicht ergänzt noch aus der Erfahrung heraus, die Stadträte neigen dazu, den Rat der Fachleute nicht immer zu akzeptieren. Ihr beide seid langjährige Kommunalreporter und habt das miterlebt, dass schon mancher fachmännische Rat vom Stadtrat nicht angenommen worden ist. In dem Fall haben wir in der Allianz-Personalunion in der Beirat-Gestadt zum Beispiel Dorfentwicklungskonzepte durchsetzen wollen. Wir sind beide gescheitert, Thomas, daran, weil die Mehrheit des Stadtraters es nicht wollte. Das hat die individuelle Zustimmungsgestaltung höher gewertet, als hier einen Raster drüber zu legen. Und das fürchte ich auch, dass das bei einem Gestaltungsbeirat passieren könnte. Denn man muss eins wissen, gewisses Wissen gehört einfach dazu auch, die Stadt hat die sogenannte kleine Delegation. Also wir können Baugenehmigungen aussprechen im Rahmen von Bebauungsplänen. Dr. Thürnberger, ein seinerzeitiger Stadtjurist, wollte unbedingt die große Delegation, das heißt, das allumfassende Baugenehmigungsrecht bei der Stadt Pfaffenhofen. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil in dem Augenblick halt zu befürchten war, dass dann versuchen auch sehr viele Stadträte einzeln individuell mitzureden. Und dann ist es im Außenbereich, im Bereich der Gestaltung auch im Bereich des Gestaltens, im Innenbereich, halt politisch untermauert oder unterbefangen. Und das sollte man vermeiden. Das bin ich ganz froh und ich glaube auch jetzt, dass das Landratsamt eine fernere Behörde ist, die dann hier neutral vielleicht oder neutraler entscheidet als der gut wollende, aber von vielen Einflüsterungen abhängige Stadtraus. Frau Bayer? Als naive Bürgerin würde ich einen Gestaltungsbeirat schon begrüßen, aber da steckt eine gewisse Naivität dahinter. Ich habe mittlerweile eine Broschüre vom Architektenverband gelesen und da hat es geheißen, dass so ein Gestaltungsbeirat zusammengesetzt sein muss oder soll, nur aus Architekten, die nicht vor Ort leben und natürlich nicht bei den Bauten beteiligt sind und das außerdem nur jeweils für zwei Jahre und das fände ich falsch. Denn zwei Jahre sind viel zu kurz, weil man redet ja von Bauentwicklung, das wäre ja sinnvoller. Eine Stadt muss ja, wenn man ein Stadtbild gestaltet, dann muss man da ja auf längere Sicht planen. Darum ist eine Mitgliedschaft von zwei Jahren viel zu kurz. Außerdem finde ich, es müssten unbedingt Leute doch auch drin sein, die vor Ort wohnen und es müsste jemand dabei sein, natürlich Architekten sowieso, weil die haben ja einen Sachverstand, aber es müsste auch jemand vom Denkmalschutz drin sein, es muss jemand von der Landschaftsgestaltung drin sein und es sollte auch mal ein Laie drin sein. Jemand, der in der Stadt wohnt und in der Stadt leben muss. Ich habe allerdings mitgekriegt, wie in Ingolstadt, wo es um dieses neue Gebäude über dem Schloss geht, hin und her gestritten wurde, das habe ich schon auch verfolgt. Aber eine gewisse Geschmacksbildung könnte der Gestaltungsbeirat schon auch in die Wege leiten und was ich auch gelesen habe, dass der Öffentlichkeitsarbeit betreibt, dass der also die Öffentlichkeit mehr informiert, als wir bisher informiert werden und das wäre schon sehr wichtig. Reinhard Reibbeck, Reinhard Reibbeck, siehst du das genauso? Ja, der Aspekt mit dem Laien, den halte ich für ganz wichtig. Was einem Architekten, da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, jetzt muss ich doch wieder auf einen Stadtrundgang reinzuregen, es herrscht so sehr viel Tristesse im Fachhofen. Sie haben selber zugegeben, von welcher Seite man sich auch nähert, Tristige, Gewerbegebiete, Einkaufszentren, es ist was Abstoßendes, was Las Vegas-haftes und wenn ich jetzt sehe, an meiner Arbeitsstelle, an meiner Arbeitsstelle, Gymnasium, Realschule, Tristesse im Beton, haben Architekten hinterlassen, Sparkasse, das ist, das macht depressiv, das deprimieren noch dazu in der Stadt, in der eigentlich bis jetzt wenig grün ist und da habe ich nicht immer, nicht immer Vertrauen in die Architekten, wenn ich sehe, was die, vor allem in den 60er, 70er Jahren, dann ging es ja schon ein bisschen anders, ich sage immer das Beispiel, Landratsamt war Schlusspunkt, da hat man gesehen, jetzt so geht es nicht weiter und dann hat man das Rentamt, das sehr gelungen ist, dann hat man das Weilhammerhausfassade, das Mesnerhaus, es geht, also es war ein Punkt, da gesagt, so geht es nicht weiter und darum wäre ganz wichtig, dass ich zu einem Beirag ein gesunder Menschenverstand, einer, der nicht aus Ehrgeiz der Nachwelt, sich der Nachwelt, der Denkmal setzen soll, sondern einfach, der, der Gefühl hat, für Städtebau von eigenen Empfinden, es soll nicht immer das Herz, es soll der Verstand auch mitsprechen, aber manchmal hier das Herz sprechen zu lassen, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ein schönes Schlusswort, jetzt glaube ich, kommen wir dann zu einem anderen Thema, weg von Gestaltungsfragen, hin und das Eingemachte, das erklärt jetzt mein Kollege. Ganz kurz möchte ich nochmal den Herr Gelsbeck, der ist zusammengezuckt, wie die Architekten etwas gerüffelt wurden, vor Worte zur Ehrung des Berufsstandes. Nein, mir geht es bloß darum, es ist mal einfach, die Sachen aus den 50er, 60er Jahren zu verurteilen, es waren auch Entscheidungen, die mit vielen Emotionen entschieden worden sind und es waren auch Zeit, es waren auch Meilenscheine ihrer Zeit und es waren auch Entscheidungen, die man auch berücksichtigen sollte und man kann nicht bloß immer alles, was älter als 100 Jahre ist, berücksichtigen und alles, was in den letzten 50 Jahren passiert ist, sollte man wegreißen, weil es ist kreislich und so ein Betonbunker und das finde ich ein bisschen schade, ich finde es auch nicht unbedingt wunderschön, aber man muss auch berücksichtigen, dass das auch einen Zeitgeist hat. Da muss ich jetzt doch mal dazwischenfragen, ist das Landratsamt eigentlich ein Baudenkmal? Der Herr Precht hat gerade gesagt, wenn wir uns nicht schicken, ja. Es ist schwierig, für seine Zeit bestimmt, ja. Warum nicht? Also nicht renovieren oder sanieren für 14 Millionen, sondern neue Weißen und Stehlassen, oder? Es ist ein bisschen schwierig, wir haben ja da einen Gestaltungswettbewerb gehabt, nur für die Fassade, was ein bisschen komisch war, weil das Ganze ist nicht berücksichtigt, es war wirklich bloß die Fassade und es war auch wieder einer der vielen Wettbewerbe oder einer der Wettbewerbe, die wir haben im Landkreis oder in der Stadt, die dann kein Gehör finden. Wir haben da gemacht, es haben sehr viele teilgenommen und es wurde nie wirklich darüber weiter diskutiert, wie es weitergeht und was jetzt eigentlich Sache ist. Gut, dann würde ich sagen, mal weg von den Gestaltungsfragen, reden wir vom Geld. Für den Durchschnittsverdiener wird es in der Kreisstadt immer schwieriger, bezahlbare Mietwohnungen zu finden. Der Quadratmeter in der Miete für Neubauwohnungen liegen bei 8 Euro plus x. Selbst für Gebrauchtwohnungen muss man nach Expertenauskunft mittlerweile schon 6,50 bis 7,50 hinlegen. Eine familiengerechte Wohnung ist da kaum mehr finanzierbar. Und die eigenen Führwände, davon kann der Durchschnittsverdiener angesichts von Quadratmeter-Verkaufspreisen zwischen 3.200 und 3.600 Euro bei Eigentumswohnungen in guter Lage eigentlich nur noch träumen. Man hätte also diese Messe auch vielleicht gut leben, teuer wohnen, tauchen können. Ist jetzt das Ganze schon eine Blase oder stehen wir gar erst am Beginn des Immobilienbums, Herr Echnaser? Also ich denke nicht, dass es eine Blase ist und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen war das eigentlich diese Preisentwicklung war zu meinem fast erforderlich, würde ich sagen. Die Auflagen sind in den letzten Jahren immer größer geworden. Also das Energetische, früher habe ich 500 Euro bezahlt für die Energieberehnung, heute soll ich 3.000, 4.000 Euro pro Baufahrer haben. Wir haben eine Wärmedämmung unter der Bodenplatte, Wärmedämmungsverbundsystem, Dreifachverglasung und, und, und. Wir lassen die Gebäude prüfen, ob sie luftdicht sind. Das heißt, teilweise schießt man sogar mit Kanonen auf Spatzen. Es treibt natürlich den Preis in die Höhe. Der Komfort ist immer besser geworden. Die Leute, die wollen halt nicht mehr keinen Balkon mehr mit 1,25 Meter, sondern wollen eine eingezogene Lodge an. Das ist Wohnqualität, die aber auch Geld kostet, weil man hat drunter Wohnraum, das muss wärmegenehmt werden, das muss abgedichtet werden. Die technischen Anforderungen sind immer schärfer geworden, Schallschutz, Brandschutz. Dann, es wird auch die bürokratischen Auflagen. Wir haben einen Statiker, einen Ingenieur, der rechnet die Statik. Da hinterher kommt der Prüfingenieur, den zahlen wir dann wieder, dass er das prüft, was der andere Ingenieur gerechnet hat. Wir haben einen Brandschutzexperten, der macht das Brandschutzkonzept. Hinterher kommt der Brandschutzprüfer, den zahlen wir wieder fürs Prüfen. Wir haben die Berufsgenossenschaft, die sich die Sicherheitsvorschriften überwacht. Dann kommt aber zusätzlich noch das Gewerbeaufsichtsamt, das überwacht es nochmal. Und dann zahlen wir noch für 5.000 bis 10.000 Euro pro Bauaufhaben einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, der das macht. Ein Mitbewerber von mir, der hat gerade eine größere Grabungsmaßnahme in der Auenstraße. Ich beneide ihn nicht darum, ganz ehrlich gesagt. Er muss zahlen, obwohl die Gemeinschaft eigentlich die Ergebnisse kriegt. Ich möchte nicht in seinen Hausstecker. Und die Gemeinschaft profitiert auch von den Erkenntnissen, die daraus gewonnen werden. Das ist ja nicht seine Geschichte, das ist ja unsere Geschichte. Also das sind alles Kostenfaktoren. Ich muss sagen, die Bauträger haben die letzten Jahre nicht mehr viel verdient. Das ist einfach so, ja. Und insofern sage ich, dieser Preis war zum einen erforderlich, zum anderen sage ich, ich habe am eigenen Leib, aus eigener Erfahrung, kann ich sagen, ich habe 1991 meine erste Mietwohnung gemietet. Ich habe damals 91 schon, 15,50 Mark zahlt pro Quadratmeter Wohnfläche. Das sind 7,92 Euro. Jetzt waren wir bis vor kurzem noch bei 7 Euro, 20 Jahre lang. Der Innenputz der Quadratmeter hat 1991 20,50 Mark gekostet. Vor zwei, drei Jahren hat er 9,60 Euro gekostet. Insofern war das dringend erforderlich, dass der Preis sich nach oben entwickelt, einfach um der Bauwirtschaft zu überleben, wieder zu sichern. Das muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen, die GmbHs, die haben vielleicht ihre Geschäftsführer gehält, hat zahlt aber keine Gewinne mehr gemacht. Die Autos, wenn man anschaut, ich habe mir gestern extra für heute ein Leasingbeispiel rechnen lassen für einen Audi A4, zwei Liter Diesel mit Standartausstattung. Das Auto kostet 580 Euro im Monat und dann regt man sich auf, wie eine Drei-Zimmer-Wohnung 600 Euro im Monat kostet. Wenn jetzt noch Reparaturen und Sprit und Steuern und Versicherungen bei dem Auto dazurechnen, dann kostet man ja 800 Euro im Monat oder 850 Euro und die Drei-Zimmer-Wohnung. Seit wir eine Effizienz aus 555 bauen, sind die Nebenkosten sogar gesunken. Vor zwei, drei Jahren habe ich nicht mehr zu meinen Kunden gesagt, zwei Euro müssen rechnen pro Quadratmeter. Jetzt habe ich aktuell eine Abrechnung gekriegt, die liegen jetzt bei 1,40 Euro pro Quadratmeter. Es ist auch der Entwicklung zu danken, muss man auch sagen. Kurze Unterbrechung, geht es weiter nach oben oder sind wir jetzt an der Spitze von den Preisen? Da wäre ich jetzt ein Häsier, wenn ich das sagen könnte. Das ist wie an der Börse. Also ich sage einmal so, die Faktoren, die für Pfaffenhofen sprechen, das ist einfach dieser gesunde Arbeitsmarkt. Wir sind zwischen Ingolstadt, München, Audi, BMW, denen geht es gut. Für mich ist das immer ein bisschen so ein Selbstläufer. Das Ganze hat so einen Schneeball-Effekt. Die gesunden Arbeitsmarktdaten, die ziehen viele Leute her. Die Leute, die wohnen hier, die arbeiten hier, die essen hier, die trinken hier, die schlafen hier, die machen Sport und und und. Die brauchen Häuser, die brauchen Autos. Also das kann sich auch zu einem Selbstläufer entwickeln. Und es werden Regionen, vielleicht sogar in der Oberpfalz, werden irgendwann einmal ganze Dörfer wegreißen können. Und München, also in Bayern fehlen derzeit 280.000 Wohnungen. Ich denke aber nicht, dass die in ganz Bayern gleichmäßig verteilt fehlen, sondern wenn, auf jeden Fall in Oberbayern und im Großraum, vor allem in Großraum München, Flughafen und so, in diesen starken Regionen. Das hört sich so an, wie wenn wir bald die 4.000 sehen würden pro Quadratmeter, oder? Die haben wir schon gesehen. Okay. Haben wir schon gesehen, verbrieft und verkauft, einfach von oben? Ja. Okay. Herr Hörker, würde ich mit konkreteren Zahlen aufwarten? Also erst würde ich noch mal bitten, es wieder einmal differenziert zu betrachten. Das eine ist, wie ist der Baulandpreis? Der ist bei uns weit unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Kommunen im Umkreis von München mit ähnlicher Infrastruktur. Ein Drittel davon. Die Baupreise sind überall gleich, die steigen, die Bauindustrie konzentriert sich, es gibt stärkere Oligopolstellungen, also nur wenige Anbieter, da wird der Preis auch anders diktiert. Eine Geschichte, macht's Bauendeurer. Die Eigentumswohnungen sind tatsächlich deutlich teurer geworden im Pfaffenhofen, massiv. Da reden wir von 50% innerhalb von wenigen Jahren für einen Quadratmeterpreis. Das ist Tatsache. Das kommt daher, weil keiner mehr glaubt, dass das Geld auf der Bank sicher ist und jeder in Stein und Mörtel investiert. Das ist am Schluss Angebot und Nachfrage und wenn die Leute auch den Preis zahlen, dann werden der Bauträger auch verlangen. Ganz normal, ganz menschlich. Das ist der Eigentumsbereich. Aber wir reden ja jetzt über Mieten, ob man das zahlen kann. Und da muss man die Zahlen schon mal anschauen. Da liegen wir im Pfaffenhofen bei einer Durchschnittsmiete, bei den Vermietungen von Mitte 2011 bis Mitte 2012 bei 7,05 Euro pro Quadratmeter. Der bayerische Durchschnitt liegt bei knapp 8 Euro. Minger sind 14 Euro. Gut, das sind andere Werte. Aber der Durchschnitt in Bayern sind 8 Euro vom Bayerischen Wald über Tegernbach, Pfaffenhofen bis München. Wir liegen bei 7,05 Euro. Und das hat sich praktisch nicht geändert die letzten 10 Jahre. Es ist aber auch so, dass die Neubauwohnungen etwas teurer werden. Dafür werden die Eltern deutlich günstiger. Deswegen bleibt der Durchschnitt gleich. Aber der Durchschnitt aller vermieteten Wohnungen ist praktisch die letzten 10 Jahre konstant. Und diese Zahlen muss man einfach auch akzeptieren. Ich habe extra eine Studie für 100 Euro gekauft, wo das auf Basis von mehreren 100.000 Immobilienbewegungen in Bayern nachzuvollziehen ist auch vergleichbar mit anderen Städten. Und da haben wir keine extreme Entwicklung an der Stelle. Trotzdem hat man in Pfaffenhofen allmählich den Eindruck, dass an allen Ecken und Enden exklusivere Eigentumswohnanlagen für Geldanleger und sehr solvente Käufer gebaut werden. Wäre es nicht an der Zeit einmal wieder bezahlbare Apartments für Normalbürger zu errichten, ist das überhaupt kein Markt mehr für einen Bauträger? Günstigere, kleinere Wohnungen, Herr Jürgenhäuser? Ich denke, dass das einfach nur gefühlt ist, das muss ich gerade sagen, weil wenn man in der Innenstadt die Gebäude, die fallen natürlich besser auf, die über die Reeper, die stehen in der Zeitung drinnen, die sind natürlich generell zu heurer, weil die werden dann meistens mit Lift gebaut. Das ist dann für die betuchteren Senioren aus Sulzbach, aus diesen ganzen 80er-Jahre-Baugebieten, während der 80er-Jahre-Haus gebaut hat mit 30, 35 Jahren, der ist heute 60, 70 Jahre, das sind Akademiker, zugezogene BMWler, führende Positionen, die wollen ihren Lebensabend nicht mehr im Garten verbringen, sondern mit Golf spielen und reisen und die kaufen sich diese Wohnungen. Aber genauso gut, ich meine, ich habe vor nicht einmal ein Jahr noch in der Moosburger Straße drei Häuser gebaut, da war der Quadratmeterpreis bei 2,7, 2,8, da habe ich jetzt nicht allzu viel verdient, aber es war okay auch und da haben halt dann auch viele junge Familien auch gekauft, insbesondere die Erdgeschoss-Gartenwohnungen oder die ganzen Gebäude, die wir in letzter Zeit gebaut haben, meistens Erdgeschoss-Wohnungen, der war jetzt hier früher ein Häuserl gebaut, hätte ich kaufen heute diese drei Zimmerwohnungen. Viele, deren natürlich auch diese gestiegenen Kosten wieder kompensieren, indem sie es zum Beispiel in Bahnhofsnähe kaufen und sagen, dadurch sparen wir uns ein Auto, das ist auch wieder ein Effekt, das man auch nicht vergessen darf. Ja, und insofern ist das nicht so, dass wir nicht für alle, also am liebsten würde ich an jedem Pfaffenhofener Wohnung verkaufen. Das glaube ich. Reinhard Heiblick, gefühlt, teuer, gefühlt, exklusiv, gefühlt, nichts mehr für einen Normalbürger. Fühlst du das ähnlich? Ich glaube, der Boom, der Boom für Pfaffenhofen durch die lebenswerste Stadt, ich bin, vielleicht ist fast einmal nie von mir alles von zwei Seiten zu sehen. So sehr ich mich gefreut habe, aber es macht mir manchmal Sorgen, wo gehen wir hin. Ich denke, jetzt kommt vielleicht wieder der Vorwurf der Altbackenheit, Pfaffenhofen sollte den Charme der Kleinstadt bewahren. Wir sind in Gefahr, immer mehr zur Großstadt zu werden. Wir nähern uns vielleicht doch allmählich den Mieten der Großstadt. Es ist immer mehr Verkehr, es ist immer mehr geboten. Wir locken immer mehr Leute an. Wachstum muss sein, aber das Wachstum sollte sehr, sehr moderat sein. Wir, viele Leute wählen ja bewusst, Pfaffenhofen weiß eben als Kontrast zum großstädtischen Leben. Wir sollten ja, das Wort, sage ich jetzt nicht gerne, eine gewisse Heimeligkeit, eine gewisse Wohlgefühltheit der Natur, einen kleinstädtischen Charakter. Und wir sind schon an der Kippe. Wir sind an der Kippe, dass wir den Kleinstadtcharakter, den so viele am Pfaffenhofen schätzen, auch ich, den sie lieben, scheu mich nicht, das Wort auszusprechen, der geht durch Entwicklungen, die jetzt angedeutet werden, Mietpreise, Bauboom, nach vorne. Bei der Kultur freue ich mich, dass so viel geboten wird. Weil das kann der Kleinstadt nur gut tun, dieses tolle kulturelle, dieses Programm, das wir, sowohl das städtische, als auch das überregional, das ist ganz toll. Aber da müssen wir aufpassen. Und ich glaube da schon, dass ich vielen Leute hier, dass viele Leute mir hier recht geben, dass wir aufpassen müssen, nicht ein maßloses Wachstum um jeden Preis boomen, sondern überschaubar, überschaubare Strukturen, Strukturen, die Heimat bieten, in der Welt, in der Welt immer mehr aus den Fugen gerät, ist jetzt ein bisschen philosophisch, im Internet und so, da wird gerade Heimat, Geborgenheit, ich weiß, die Worte sind pervertiert, aber ich sage es trotzdem, Heimat, Geborgenheit findet man in der Boomtown nicht und darum, wenn Wachstum, moderat, mit Maß, mit Augenmaß. Und da sehe ich Zeit eine gewisse Gefahr und da sehe ich auch meine Aufgabe, ein bisschen gegenzusteuern. Herr Jürgen, Sie wirken wie wenn Sie gleich was dazu sagen wollen, oder? Nicht? Frau Bayer? Ja gut, was mir spontan dazu einfällt, das ist das, dass ich es natürlich, ich sage immer seltener schon, wo kein Nutzen ist, der Nutzen aus meiner Sicht von dem Wachstum ist natürlich der, dass ich durch dieses Wachstum, ich habe mir oft gedacht, warum haben wir im Pfaffenhof nicht das kulinarische Angebot, nicht das kulturelle Angebot, wie in München oder in Regensburg oder Ingolstadt oder Nürnberg, ja ganz einfach, weil wir halt einfach nicht so viele Leute sind und weil sie sich da nicht rentiert, ja, und je mehr Leute als wir sind und je mehr Leute her das ziehen, umso eher rentiert sie sich, man hat da jetzt auch schon wieder tolle Gastronomie und die können Gott sei Dank endlich mal überleben und je mehr Leute als wir sind, umso besser rentiert sie sich, dass man kulturelles Programm anbietet, ja, weil was hilft uns das, wenn wir jetzt irgendwas anbieten, in Stoß gibt ein Haft von Geld aus, noch weniger drei oder fünf Hanseln hier, aber ich merke Leute als Herzen und vielleicht aus München, aus den Metropolen rausziehen, ist auch noch gierig nach einem kulturellen Angebot und ich finde, da kann die Stadt eigentlich nur profitieren davor. Frau Bayer, wie sehen Sie das Ganze? Ich schließe mich den beiden an und zwar das Idyllische geht natürlich drauf, wenn die Stadt wächst, aber andererseits das Angebot wird größer, wenn die Stadt wächst, eben es kommt mehr Kundschaft zu haben, vielleicht kriegen wir dann auch mal noch bessere Geschäfte nach Pfaffenhofen als die, die wir bis jetzt haben, für denen bis jetzt die Kundschaft fehlt. Was ich als Geldanleger in dem Zusammenhang sagen möchte, was mich beschäftigt ist, dass ich mir auch überlege, kaufst du jetzt noch eine Wohnung, Kredite werden billig, da ist auch ein bisschen was, aber dann ist die Frage, finde ich jemanden, der die Miete dafür bezahlen kann und jemanden, der nicht bloß sagt, ich bezahle sie und es dann nicht tut, mir die Wohnung ramponiert und weiterzieht. Als Wohnungskäufer und Vermieter ist man da schon ein bisschen in der Zickmühle, da muss man schon einen Balanceakt bewerkstelligen können. So, bei den Worten vom Herrn Halblick habe ich gesehen, dass bei den Bürgermeisterschielen ein bisschen der Rauch aufgestiegen ist. Herr Herker? Also, Reinhardt, verzeih es mir, aber wir leben ja nicht, wir spielen ja kein Wunschkonzert, sondern wir leben in einer Marktwirtschaft. So, die Frage bei 3.500 Euro pro Quadratmeter Eigentumswohnung, ob ich da und die Miete kriege, dass das eine normale Rendite ist, die ist eigentlich mit Nein zu beantworten. Da hole ich keine 4% Rendite mehr raus, was eh schon ein Witz ist für jemanden, der Geld anlegen will. Aber das ist der Markt, weil die Nachfrage nach Wohnungen so groß ist. Die Miete kann nie so steigen, dass das eine ordentliche Rendite wird und das machen Leute eher, weil das Geld sicher packen, weil sie glauben, dass bei der XY-Bank morgen nicht mehr da ist. Und das wird immer schlimmer werden, wenn es so weitergeht, wie es momentan in Europa läuft. Die andere Annahme, dass wir einfach aufhören können zu wachsen, ist eine noch naivere, weil es wird dann eine Verdrängung stattfinden. Dann werden die, die mehr Geld haben, die verdrängen, die gar kein Geld haben. Und darum muss neuer Wohnraum dazukommen. Der darf nicht in die Fläche wuchern, der darf nicht kreislich sein, der muss flächensparend sein. Aber nur, wenn ich auch Wohnraum schaffe, dann kann der Markt entspannt werden. Wenn ich am Markt verknappe und die Nachfrage da ist, dann steigen und explodieren die Mieten. Und dann verändert sich die Stadt. Und übrigens, an der Stelle handelt die Stadt ja auch. Wir sind seit Jahren als eine der wenigen Kommunen wieder im sozialen Wohnungsbau aktiv. Da gehen ja die Mieten bei 54 für einen hochwertigen Neubau los. Wir haben jetzt ein neues Modell, wo wir Eigentumswohnungen für Einheimische fördern werden. Da gibt es dann einen Zuschuss für 300 Euro pro Quadratmeter, wenn man eins kauft und die Kriterien erfüllt. Wo wir jetzt in der Moosburger Straße erstmalig anwenden. Also, es gibt hier durchaus Dinge, wo man gegensteuern kann. Aber die Annahme, es bleibt jetzt so, wie es ist. Wir machen uns möglichst kreislich, könnten wir uns machen. Schauen wir, dann kommt vielleicht keiner mehr. Aber unter sonst gleichen Bedingungen, wenn wir einfach die Entwicklung stoppen, dann kommt erst der Verdrängungswettbewerb und dann haut es die Schwachen hinten runter. Und von daher kann man sich es wünschen, aber funktionieren wird es nie. Da wollte ich nur ganz kurz zum Thema passend einen Kollegen vom Herrn Bürgermeister Herker zitieren. Der erste Bürgermeister von Hamburg, der Olaf Scholz, SPD, der hat gesagt, die Menge bleibt der entscheidende Faktor. An andere Allheilmittel zu glauben, wäre eine Illusion. Gut, aber vielleicht da nochmal etwas eingehakt. Der Mangel am bezahlbaren Wohnraum für den Otto-Normal-Pfaffenhofener, sagen wir mal, ja, den gibt es schon. Leute, ich sage jetzt einmal, die halt nicht im Innenraum für 3600 Euro sich was kaufen können. Was hat eigentlich die Kommunalpolymik, Sie haben es schon leicht angedeutet, für Möglichkeiten, einheimischen Modell zum Beispiel. Was kann man machen, um wirklich hier einzugreifen, dass man sagt, man beruhigt das Ganze wieder etwas. Also was wir machen, wir investieren momentan selber, wir machen sozialen Wohnungsbau. Und der nächste Abschnitt ist gerade im Werden und wir haben schon die Planungen für die weiteren, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, das hilft wenig. Wir wollen Eigentum fördern. Das ist das Modell Eigentumswohnungen für städtische Bewohner subventionieren. Aber das ist auch gar nicht das Entscheidende. Der Mitwohnungsbereich ist doch das Richtige. Es hat keiner Recht darauf, dass er sich eine Eigentumswohnung irgendwo in der Innenstadt kaufen kann. Es hat jeder Recht darauf, dass er eine Unterkunft findet. Und da gibt es auch wieder was. Das ist politisch Stand heute genauso wenig durchzubringen. Klar, meiner Meinung nach wie ein Gestaltungsbeirat. Das ist der Zwang, bei neuen Wohnobjekten einen gewissen Anteil sozial gebunden zu belegen. Das geht in Minger, das geht in Freising, das weiß auch unser neuer Stadtbameister, wie es geht. Auch ein weiterer Grund, warum wir ihn genommen haben. Es wird eine harte politische Diskussion sein, aber ich kann gerne sagen, wenn ich ein Areal wie in der Moosburger Straße daraus entwickle, wo etliche Eigentumswohnungen entstehen, kann ich dem Investor aufelegen, dass 20% sozial gebundener Wohnungsbau sind. Der gehört zwar nicht der Kommune, aber er hat nach den Regeln des sozialen Wohnungsbaus zu belegen und die Mieten zu gestalten. Das geht ohne Probleme. Man braucht an der Stelle die politische Mehrheit. Die gibt es heute nicht. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz einhaken. sagen, wir haben heute schon öfters gehört, ein neuer Stadtbameister. Die Erwartungshaltung an den neuen Stadtbameister sind schon sehr hoch. Gestaltungsbeirat. Jetzt ja da noch bei des Kona, aber ist die Stadt auch dazu bereit? Ich meine, es ist immer noch ein Angestellter der Stadt. So, wir sind jetzt praktisch schon am Ende. Ich habe bloß noch ganz, Thomas, eine kurze Berichtigung. Ich habe nicht gefordert, dass man jetzt total stoppt. Wenn es genau hingehört hätte, es verzeihe mir, habe ich gesagt, mit Augen war es um Moderat. Wenn ich mal bloß noch ganz kurz was sagen darf, das Wachsen. Immer wenn ich von der Scheuern herkomme, jetzt geht es wieder an die, Hans, dann tun wir wieder was weh. Dann tun wir die Bebauung vom Scheuern hangen. Das war früher Natur. Und wenn ich jetzt denke, bei Wachsen geht es ja, muss ja, es kann ja nicht nur innerstädtisch verdichtet werden, es muss ja wieder in die Fläche geben. Immer hört man, eines der größten Probleme in Bayern ist der Flächenfraß. Es werden Tag für Tag so und so viele Hektar verbaut. Und wenn ich wachse, dann wird es auf dem Hoben noch weiter, dringt es dann in die Fläche. Also der Scheuern hangen. Jetzt habe ich wieder, sagt, es tut mir körperlich weh, wenn ich von Scheuern komme und sehe diese Bebauung, die uns früher als Filetstück verkauft worden ist, als Filetstück, als Schunstes und da ein einförmiges Haus neben dem anderen. Und ich befürchte halt bei zugruflichem Wachstum, dass weitere solche Anblicke sich bieten. Moderat, ja, mit Augenmaß. Ich habe mir gesagt, sofort alles wachstumstoffen. So naiv bin ich bei Gott nicht. Herr Lieberin hat das auch eine Antwort. Gestattet. Es ist sicherlich, das war die Entscheidung, als ich Bürgermeister geworden bin, haben wir 18.000 Einwohner gehabt. Als ich gegangen worden bin, haben wir 23.800 gehabt. Also jetzt sind wir über 24. Was wollen wir? Dieses moderate Wachstum, es wurde zitiert, es kann nur schrittweise nach vorne gehen und wenn wir stoppen, auch das ist doch Altüberlegung gewesen, dann werden die etwas Wohlhabenden bei uns zuziehen. Unsere Kinder ziehen dann nach langem Bruck und Puch oder irgendwo hin, nicht abwertend gemeint, aber die werden dann keinen Wohnraum bei uns finden. Darum war 1992, 93 hatten wir ja kein Wohnbaugebiet mehr im Pfaffenhofen. Klein Gerlet 1 und 2 wurde gemacht und dann war es außen, dann haben wir den Scheurer Hang angepackt. Und da gehen die Meinungen auseinander. Mir wird oft vorgehalten, dass wir zu viel individuelle Freiheit gelassen haben, dass nicht Uniform gebaut worden ist, sondern dass die Leute ihr persönliches Glück vom kleinen Häuschen haben verwirklichen können mit unterschiedlichen, gefälligen oder weniger gefälligen charakteristischen Ausdrucksmerkmalen. Also Uniform kann man nicht sagen. Und momentan stehen wir wieder so weit, dass eigentlich Bauland für Wohnbau knapp ist. Und jetzt gibt es die Überlegung, ob der wunderbar neuer Stadtbameister das dann regeln wird. Was nicht, bin ich auch zweifelhaft. Denn es wird schon diskutiert, Eigentum verpflichtet, aber eine gewisse Quote festzulegen, sozial zwingend vorgeschrieben, muss reiflich überlegt werden. Wir waren Vorreiter in Bayern beim Einheimischen Modell, das seit über 20 Jahren hervorragend funktioniert. Wir haben es nur einmal modifiziert. Ansonsten wendet es genauso an, wie es 1991 eigentlich gegründet worden ist. Wir schreiben es fort. Wir haben probiert, selber Wohnungen zu bauen. Die Stadt hat preiswerte Eigentumshausanlagen gebaut, haben dann festgestellt, eine Kommune ist kein Bauträger. Wir können es nicht so gut, wie ihr könnt. Also das werden wir vielleicht zukünftig lassen. Aber der Wohnblock hinten in der Jahnstraße, erster Bauabschnitt, schon acht oder zehn Jahre alt. Zweiter Bauabschnitt ist am fertig werden. Die ist fertig. Die Stadt tut was. Und jetzt die Überlegung, unten im neuen Baugebiet am Bauhof Illenbogen wieder tätig zu werden, ist immer entstehen. Also wir entwickeln uns stetig fort. Aber wir müssen auch aufgeschlossen sein, Neues auszuweisen, Reinhard. Und auch wenn dadurch ein gewisser Flächenverbrauch notwendig ist. Sparsam gezielt, ja. Aber stehen bleiben heißt Rückschritt. Wir haben es schmerzhaft erlebt, als wir in der Innenstadt versucht haben, diese berühmte Käseglocke drüber zu legen. Als es diesen für mich unseligen Stadtratsbeschluss gegeben hat, mit 16 zu 14 oder 15, was er damals war, dass wir hier außen zusperren, keine neuen Märkte zulassen und der Innenstadt die Entwicklungscharse geben, die nicht genutzt worden ist. Und Klaus Herber, ein Vorgänger, als SPD-Fraktionssprecher, hat gesagt, das war sein größter politischer Fehler. Man kann als Kommune keine Käseglocke über ein Gemeinwesen stülpen. Dann schnüren wir ihm die Luft ab. Lassen wir Pfaffenhofen die Luft zur Entwicklung, maßvoll, gesteuert, beeinflussbar in Gestaltung, Menge und Qualität, dann werden wir weiterhin eine lebens- und liebenswerte Stadt bleiben. Ich lebe seit Geburt in dieser Stadt und möchte auch, dass bis zu meinem seligen Ende das so bleibt und dass auch nachfolgende Generationen genauso hier Leben und Heimat empfinden. Heimat in ein bisschen für die ja manchmal in sentimentalen Bereichen oder in etwas nüchteren Bereichen. In der Mischung ist es Heimat und für die wollen wir uns einsetzen. So, der Herr Herrger wollte noch kurz was dazu sagen. Das glaube ich an Hans Brecht als Schlusswort. Also, ein weiser Mann hat mal gesagt, Politik ist die Kunst des Machbaren und das geht nicht von heute auf morgen, sondern es geht langsam und schrittweise. Ich glaube, wir sind nicht auf dem verkehrtesten Weg im Stadtrat und in der Stadt Pfaffenhofen. Der Stadtbameister ist kein Allheilmittel, aber er kommt aus einer wirklichen Boomtown, die die Probleme, die bei uns sich abzeichnen, dort potenziert auftreten. Er weiß, was man tun kann, wenn man politische Mehrheiten hat. Man wird schauen, was der Stadtrat entscheidet. Am Schluss liegt es auch an Ihnen, wie das Ganze weitergeht. Auch ein gewisser öffentlicher Druck. Schade bei politischen Mandatsträger nie. Aber es wird nur schrittweise gehen und es wird nicht alles perfekt werden können und nur manches ist in unserer wirklichen Steuerbarkeit. Vieles ist von anderen beeinflusst, vorgegeben und von Akteuren abhängig. Entscheidend ist, und das ist der Punkt, der PK hat da hinten eine Messezeitung. Da stand irgendwas in der Überschrift mit Oberbürgermeister Herker. Ich hab der Dame ganz empört gesagt, der soll sofort wegmachen, weil Oberbürgermeister möchte ich nie werden. Weil wenn ich Oberbürgermeister war, erstens darf ich dann wiedergewählt werden, das hoffe ich schon mal, aber dann hätten wir mehr als 30.000 Einwohner. Und das braucht die Stadt so schnell nicht. Wir wollen nicht mit Gewalt wachsen, das war im Gegensatz zu Ingolstadt nie Anspruch der Stadt. Unser formuliertes Ziel ist ein halbes Prozent im Jahr. Die letzten fünf Jahre war es zwischen 0,3 und 1,3 irgendwo in den Bereich kommen ein Mittel raus. Das verträgt eine Stadt, das führt dazu, dass am Schluss, wenn er sagt, der fünf Jahre da ist, ich bin Pferhoferner, dann haben wir noch integrieren können. Das muss der Anspruch sein, wir wollen den Charakter erhalten, wir wollen keine geisterlose Trabantenstadt werden, wie im Münchner Umland es so viele gibt, sondern wir wollen Pferhofen bleiben, ich möchte kein Oberbürgermeister werden und das Ganze wird nur langsam gehen. Aber ich glaube, die Sensibilität ist da und auch, wenn viele Ansichten vielleicht nicht unbedingt realisierbar sind, aber auch Extrempositionen führen dazu, dass sich die Realität ein Stück weit verschiebt und von daher sind solche Diskussionen durchaus förderlich. Bevor wir jetzt dann ins Publikum hineinfragen, ob es noch irgendwelche Punkte gibt, die wir ansprechen sollen, hat der Herr Gerlsberg noch? Ich wollte jetzt nicht das letzte Wort haben, aber gut, das hat sich jetzt gut, passt. Für mich ist das wichtiges Stichwort, das ist eigentlich die Qualität, wie wir uns weiterentwickeln und dass wir uns weiterentwickeln, das ist wichtig, das haben wir, finde ich in Ordnung, aber dass wir uns in einer gewissen Qualität weiterentwickeln und wir haben das bis jetzt noch gar nicht erwähnt, das ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist die Gartenschau. Die Gartenschau ist für mich ein Zünder, ein Zünder für ein Vorreiter für gute Qualität, also für gute Architektur, für gute Gestaltung und ich hoffe, wenn man durch diese Gartenschau das vielleicht, wie ein Zünder funktioniert, dass andere Leute sich da inspiriert fühlen, damit mitzugehen und das auch mitzutragen und das würde ich mir wünschen von der Entwicklung von Pfaffenhofen, dass wir in der Richtung mehr machen und dafür ist auch das Forum Baukultur und ich glaube, ich möchte dich auch nochmal alle herzlich einladen, jeden zweiten Dienstag im Monat haben wir eine Sitzung. Wer sich interessiert, wir haben auch bald das Thema Gestaltungsbeirat, würde mich freuen, wenn Sie kommen würden. So, gibt es Fragen aus dem Publikum an irgendjemand der auf dem Podium sitzenden? Nur Mut? Alle wunschlos glücklich. Keine Miete zu teuer, kein Haus zu teuer. Kein Gebäude zu hässlich. Nein, alles gut. Okay. Dann machen wir weiter mit der Runde der letzten Worte, würde ich sagen. Frau Bayer. Eigentlich wollte ich das Schlusswort sprechen, aber wenn ich jetzt schon dran bin, dann halt jetzt. Also ich fühle mich wohl in Pfaffenhofen. Ich freue mich sehr über die Entscheidung, dass wir die kleine Landesgartenschau kriegen und wenn mir was nicht passt, dann überlege ich mir, ob ich es ändern kann. Und wenn ich es für wichtig genug halte, dann setze ich mich dafür ein und ich freue mich, dass ich gehört werde. Danke. Ich habe jetzt gemerkt, wir sind eigentlich alle gar nicht so weit auseinander, Hans. Aber so soll es ja sein. Der Heimatbegriff, vielleicht hast du recht, meiner neigt vielleicht mit ein bisschen zur Sentimentalität und zur Retro-Perspektive. Ich habe zueinander, aber ich glaube, das ist eine Basis, auf der wir schon Pfaffenhofen weiter aufbauen können. Und nochmal, falls auf ihr Eingangs, ich lebe gern hier, mir gefällt diese Stadt. Aber man muss bei der Stadtführung muss man Positives und Negatives zeigen. Sonst wird es ganz, ganz langweilig und Langeweile, das sage ich mir in meinem Beruf, Langeweile, wo es immer geht, vermeiden, auch als Stadtführer, auch als Politiker. Also das ist ganz wichtig, nicht fadwert, nicht einschlafen. Und mich hat jetzt diese Runde durchaus optimistisch gestimmt, weil die Gegensätze, ich meine, die streiten mit Herrn Irkenhauser überhaupt nicht. Wir gehen aufeinander los, er geht auf mich los, ich auf ihm nix. Also das war eine sehr angenehme Runde. Das wollte ich noch sagen. Danke. Okay. Herr Irkenhauser, das letzte Wort. Gefällt Ihnen Ihre Heimatstadt noch? Mir gefällt es sehr gut im Pfaffenhofen. Darum wohne ich auch schon seit 46 Jahren da. Und Herr Heiblich, nachdem ich heute ein wahres Alter erfahren habe, war im PK also drinnen, standen 49, gefangen natürlich nicht mehr mit Herrn so einen Raffer. Und ansonsten muss ich sagen, also ich bin sehr glücklich darüber, dass wir nicht allzu sehr jammern müssen. Und wenn wir jammern, dann jammern wir auf einem hohen Niveau. Und unsere Probleme sind Gott sei Dank auch nicht allzu groß im Pfaffenhofen. Und bei uns ist es wahrscheinlich schwieriger, eine Wohnung zu finden als wie einen Arbeitsplatz. Und es gibt Gemeinden, da ist das anders drum. Und da können wir auch über sowas natürlich glücklich sein. Vielleicht gibt es aber Probleme, vor allem auch bezahlbarer Wohnraum. Aber ich appelliere halt auch an die Politik, dass die zum Beispiel künftig, wenn irgendwelche Entscheidungen sind, die halt gerade sowas betreffen, auch vielleicht viel eher uns Fachleute einbinden. Vielleicht sollten wir mal einen Expertenbeirat gründen. Zum Beispiel, ich finde auch sowas wie die aktuelle Stellplatzsatzung, da sind wir Bauträger total, also wir haben es aus der Presse erfahren. Und ich finde, momentan finde ich jetzt nicht so gut, wie die vorige war. Die vorige, die hat zum Beispiel familienfreundlichen Wohnraum gefördert. Momentan baue ich lieber drei 60 Quadratmeter Wohnungen, als wir 92 Quadratmeter Wohnungen, weil dann sparen wir einen Stellplatz. Das Problem ist bisher mir auch noch nie so bewusst gewesen, dass wir zu wenig haben bei den Wohnanlagen. Viele Wohnanlagen, die ich in den letzten Jahren gebaut habe, wären jetzt in dieser Form nicht mehr möglich. Dann waren es mit Tiefgarage erforderlich und das verteilt die Kosten wieder ungemein. Also man muss sich vor Augen führen, dass das natürlich auch auf den Preis alles durchschlägt. Also ich kann auch an die Politik appellieren. sagen, wir haben mit Sicherheit die gleichen Ansätze. Wir haben vielleicht manchmal unterschiedliche Meinungen, wie man es lösen kann. Aber die ganze Bauwirtschaft ist bereit, gerne mit der Politik zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel auch das aktuelle Einheimischen Modell, das habe ich schon seit Jahren propagiert, weil ich das vorherige immer schon für den Schmarrn gefunden habe. Ein Spätzl von mir, der hat sich mit 1300 Quadratmeter Grundstück gekauft, im Einheimischen Modell. Der hat mit Sicherheit mit 800 Quadratmeter sich am Freimarkt auch eins leisten können. Und ich finde, die Not ist eher bei den Alleinerziehenden Müttern, die mit zwei Kindern in einer Drei-Zimmer-Wohnung sitzen, als würde die ein Haus bauen. Also ich finde, da ist eigentlich die Not nicht so groß. Ich finde, beim Geschosswohnungsbau, weil der, wo sie sowieso ein Haus leisten können, der hat keine so große Not. Ich finde, beim Geschosswohnungsbau müsste man viel eher schauen, dass es da bezahlbaren Wohnraum gibt für junge Familien. Dann sage ich der Dame und den Herren auf dem Podium, vielen Dank für die interessante Diskussion. Dankeschön ans Publikum für Ihr Interesse. Und wir laden Sie morgen Nachmittag gleich wieder ein. Da geht es dann rund um den Sport mit Leuten vom EZP, vom FSV, die sich hier über die Aufstiegschancen und die tolle Saison vom EZP unterhalten werden. Also wer Lust hat, schauen Sie gerne morgen Nachmittag wieder vorbei. Vielen Dank.